Hohe Miete muss nicht sein! Setzt euch für Enteignung ein! A, Antipatita, Pitalista! Wir sind heute hier, MieterInnen dieser Stadt. In Berlin wissen wir alle, 85% wohnen zur Miete. Das heißt, das Problem der steigenden Mieten betrifft uns fast alle. Und deswegen sind wir hier, nicht erst seit gestern. Wir waren auch letztes Jahr hier und wir werden immer mehr werden. Das Mietenwahnsinn-Bündnis ist ein außerparlamentarisches Bündnis der vielen. Ganz viele stadtpolitische Initiativen haben sich zusammengeschlossen, um diesen Tag hier heute möglich zu machen. Die Demo heute wurde von über 280 Gruppen aus Berlin unterstützt. Wir wollen eine Stadt, in der sich alle Menschen wohlfühlen können. Eine Stadt, die bezahlbar ist, in der Menschen unabhängig von Einkommen, Herkunft oder Identität ein gutes Leben führen können. Es sind noch in ganz vielen anderen Städten in Deutschland und in Europa und sogar in Kanada heute an diesem internationalen Aktionstag gegen Mietenwahnsinn mit uns hier auf der Straße. GeOfVert erñaert sind zehn Punkte competing für unsere letzten Unioricen. unserer Koniefe vonolitik. uns hier im Kmentar z وج igen Krieg. Un auch nicht, weitzel ihres Objekte ist die City. In trip acetabular sind die Mutter behalten. Wo man die zwei Menschen betrachten, wo man die haneben kann. Heute誰 von sitzen. Keine Profite mit der Miete!